Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mit euch eine Zwei-Draht-Bus-Video-IP-Türsprechanlage installieren und zwar vom Online-Händler Matfield. Diese Türsprechanlage möchte ich des Weiteren noch um einen weiteren Monitor ergänzen und auch noch eine weitere IP-Kamera an diese Türsprechanlage anschließen, sodass wir diese mitverwenden können. Beginnen wir einfach mal mit der Installation. Dazu schauen wir einfach auf meinen Tisch. Beginnen wir mit dem reinen Anschluss der Komponenten. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Der Anschluss an das 230 Volt Netz sollte durch einen qualifizierten Elektroinstallateur erfolgen und das bitte auch unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln. So, die Installation an sich habe ich jetzt hier schon mal im Großen und Ganzen soweit aufgebaut, um das Video etwas zu beschleunigen. Beginnen wir im ersten Schritt mit der Verdrahtung des Netzteils. Ein wichtiger Hinweis, das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, muss dementsprechend noch dazu erworben werden. Link zu dem Netzteil unten in der Videobeschreibung. Ich drehe einfach mal das Netzteil nach oben. Wir sehen, das Netzteil ist schon fertig beschriftet. Das heißt, wir sehen hier eigentlich alle Anschlüsse, die wir brauchen, auf einen Blick. Wir haben hier unseren Leitenden, unseren Neutralleiter und unseren Schutzleiter von unserem 230 Volt Stromnetz. Dieser wird hier angeschlossen. Ich habe mich jetzt hier einfach mal eines ganz normalen Schokosteckers bedient, um das anzuschließen. Diesen Anschluss lasst ihr bitte von einem Elektriker durchführen. Dann haben wir unseren Ausgang, das heißt unseren Gleichstromausgang zu unserer Türsprechanlage. Dieser ist gekennzeichnet mit V- und V+. Hier müssen wir unbedingt darauf achten, diese beiden Adern nicht zu verpolen. Das heißt, Minus und Plus müssen zur Anlage gegeben werden. Ich habe das jetzt hier einfach mal mit einem schwarzen und einem roten Draht realisiert. Schwarz ist bei mir Minus, Rot ist Plus. Im zweiten Schritt kommen wir hier zu unserem Video-Audio-Switch. Über dieses Switch werden alle Komponenten schlussendlich angeschlossen. Und hier haben wir auch unseren Gleichstromanschluss, den wir hier von unserer Stromversorgung her geführt haben. Wie gesagt, wir brauchen hier ein zweiatriges Kabel oder eine zweiatrige Zuleitung. Und auch hier sehen wir Plus und Minus markiert. Achtet bitte darauf, hier nichts zu verpolen. Plus war bei mir Rot und Minus bei mir Schwarz. Das schließe ich natürlich hier an. Dann haben wir hier oben unsere Einschrägstrich-Ausgänge. Diese sind sehr simpel aufgebaut. Wir haben hier unsere verschiedenen Kanäle. Kanal 1 bis Kanal 9. Dementsprechend können dementsprechend viele Komponenten hier angeschlossen werden. Da es sich hier um eine Zweitradsteuerung oder Zweitradbus-Verbindung handelt, können wir dann hier unsere Komponenten direkt anschließen. Auch hier noch ein wichtiger Hinweis. Diese Anschlüsse können natürlich vertauscht werden. Das heißt, wir können das Kabel oder die beiden Adern verdrehen beim Anschluss. Hier passiert natürlich nichts. Wir sollten halt nur darauf achten, immer hier den einzelnen Eingang dann zu erwischen. Das heißt, zwei Drähte für Kanal 1, zwei Drähte für Kanal 2, zwei Drähte für Kanal 3 und so weiter. Des Weiteren haben wir hier unten noch einen Netzwerkanschluss. Diesen benötigen wir, um unsere Zentrale mit dem Internet zu verbinden. Hier verbindet ihr die Zentrale mit eurem Router oder eurem Switch einfach mit einem geeigneten RJ45-Netzwerkkabel. Kommen wir zur Außeneinheit. Diese lässt sich natürlich auch sehr einfach installieren. Da wir hier eine Zweitradbus-Leitung haben, benötigen wir hier keine weiteren Anschlusskabel. Wir brauchen bloß unsere zwei Drähte von unserem Switch, von unserem Video-Audio-Verteiler und gehen hier zu unserer Außenanlage und verbinden hier unsere beiden kommenden Adern mit dem Anschlusspunkt PLC. Dieser ist zweimal vorhanden. Wir können ja diese beiden Adern auch vertauschen. Deswegen brauchen wir uns hier keinen Kopf zu machen, wie wir das anschließen. Wir schließen einfach Ader 1 hier an und Ader 2 hier. Das heißt, in die beiden äußeren Anschlüsse und haben somit unsere Zentrale schon mit unserem Verteiler, mit unserem Switch hier verbunden. Oftmals ist es allerdings noch der Fall, dass wir auch noch einen Türöffner anschließen wollen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein gängiges Modell, wie es oft in Deutschland verbaut wird, mir einfach mal hier herausgesucht. Dieser Türschließer braucht eine eigene Stromversorgung. Das heißt, ihr braucht dafür ein eigenes Netzteil. Hier müsst ihr mal schauen, was ihr verwendet oder was bei euch da vorhanden ist. Ich habe jetzt hier zu Demo-Zwecken einfach ein Stecknetzteil verwendet. Dieses Netzteil muss natürlich passend zum Türöffner sein, da dieses den Strom liefert, den der Türöffner braucht, um zu öffnen. Wir haben nun hier vom Netzteil kommend zwei Adern. Auch diese können wir untereinander vertauschen und wir haben an unserem Türöffner hier oben diese beiden Anschlusspunkte. Würden wir jetzt das Netzteil mit diesen beiden Anschlusspunkten verbinden, würde der Türöffner dauernd öffnen. Das heißt, dauernd summen. Das wollen wir natürlich nicht. Also verbinden wir eine Ader kommend von unserem Netzteil mit einem Anschluss des Türöffners und die zweite Ader, diese habe ich jetzt einfach mal hier verlängert, bringen wir hier unten an unserer Türsprechanlage an. Wir haben auch hier schon die Beschriftung dafür und zwar DOOR. Hier wird unser Türöffner angeschlossen. Da wir einen Öffner benötigen, verbinden wir eine Ader mit dem Anschluss COM. Das heißt, die Ader kommend von unserem Netzteil und auf unserem Türöffner ist natürlich noch ein zweiter Anschluss frei. Den habe ich jetzt einfach mal hier an diese Ader angeschlossen. Diese verbinden wir einfach mit dem Punkt ND. Ihr seht, der Anschluss ist wirklich sehr simpel und wir benötigen auch wenig Adern, um unsere Türsprechanlage anzuschließen. Bleibt nur noch die Gegenstelle. Die Gegenstelle ist auch sehr einfach zu installieren. Wir drehen sie einfach um. Wir haben hier unsere Steckleiste für unseren Anschluss. Hier im Lieferumfang ist dieser Stecker enthalten. Geht einfach auf die äußeren beiden Kontakte, so wie hier im Bild zu sehen, und verbindet hier die äußeren beiden Kontaktpunkte wieder mit eurem Switch mit einem freien Kanal. In meinem Fall ist das hier Kanal 2. Hier habe ich auch wieder zwei Adern ausgeführt. Wie gesagt, die können wir wieder untereinander vertauschen. Diesen Stecker führen wir nun auf der Rückseite unseres Monitors ein. Wir können ihn auch nicht verdrehen. Er ist quasi verpolungssicher und haben somit diesen Monitor mit unserem Switch verbunden. Sollten wir nun einen weiteren Monitor verwenden wollen, nehmen wir einfach diesen. Hier suchen wir uns auch wieder einen freien Kanal aus. In meinem Fall wäre das CH3, also Kanal 3. Auch hier bringe ich wieder zwei Adern ein. Auch diese können wir wieder untereinander vertauschen. Und hier gehen wir auf dieselbe Art und Weise wie beim Monitor 1 vor und verbinden diese beiden Adern hier oben mit diesen beiden Verbindungspunkten mit unserem Monitor. Wir haben nun die ganze Anlage angeschlossen und setzen diese nun unter Strom, indem ich einfach hier dieses Netzteil unter Strom setze. Wir sehen die Anlage sowie die beiden Monitore fahren hoch und wir sehen natürlich auch, wir brauchen für alle Komponenten keinen zusätzlichen Netzanschluss. Das heißt, unser Anschluss wird hier über den Switch verteilt. Das heißt, über diese Zweitradbussteuerung bekommen unsere Geräte auch den nötigen Betriebsstrom. Wir sehen nun, dass unsere Anlage hochgefahren ist, die beiden Monitore auch. Und auf den Monitoren wird nun nach einem Passwort gefragt. Die Einrichtung der beiden Außenstationen ist nahezu identisch. Wir vergeben diesen Außenstationen jetzt erstmal ein Passwort. Achtet bitte darauf, das Passwort muss mindestens acht Zeichen enthalten und es muss ein Mix aus Buchstaben und Zahlen sein. Ich vergebe jetzt hier einfach mal ein Passwort. Wir sehen schon anhand der Anzahl der Sternchen, dass ich dieselbe Anzahl von Buchstaben eingegeben habe. Und wir sehen hier unten an diesem kleinen grünen Schriftzug, dass diese beiden Passwörter auch übereinstimmen. Wir bestätigen das Passwort einfach durch Betätigen der OK-Taste und haben somit ein Passwort unserem Monitor zugewiesen. Im nächsten Punkt wählen wir nun unsere Landessprache aus. Wir sind hier in Deutschland, also wählen wir Deutsch und bestätigen dieses mit Next. Jetzt müssen wir nun unserer Gegenstelle unsere Station hinzufügen. Wir haben ja hier nur eine verbaut. Also wählen wir unsere Station. Wir wählen hier den Punkt Innenstation. Habt ihr weitere Stationen installiert, könnt ihr diese hier auswählen. Wir wählen Innenstation und betätigen Next. Nun wird unsere Station gesucht. Dieses kann mitunter bis zu einer Minute dauern. Unsere Suche war aber schon erfolgreich. Wir wählen jetzt unsere Türstation aus. Wir haben ja nur hier diese eine angeschlossen. Also haben wir auch nur diese eine angezeigt. Und bestätigen diese mit Nächster. Somit haben wir unsere Gegenstelle mit unserer Station verbunden und betätigen Start. Auf dieselbe Art und Weise gehen wir natürlich auch vor, wenn wir hier zum Beispiel eine zweite Gegenstelle einrichten wollen. Auch hier geben wir wieder ein Passwort ein. Wählen auch hier wieder die Landessprache aus und wählen jetzt hier anstatt Innenstation Innenstation Nebenstelle 1. Wir wollen das ja als Nebenstelle verwenden und bestätigen das mit Nächster. Jetzt müssen wir unsere Hauptinnenstation suchen. Wir wählen diese aus und bestätigen dieses. Hier ist es wichtig darauf zu achten, dass dieser Monitor als Nebenstelle konfiguriert werden muss. Um nun unsere Nebenstelle verwenden zu können oder natürlich auch unsere erweiterten Funktionen wie auch Online-Funktionen verwenden zu können, benötigen wir noch einen Internetanschluss. Das heißt, wir verbinden hier unseren Hauptswitch mit dem Internet. Das heißt, am besten mit eurem Router oder mit einem Switch, was mit eurem Router verbunden ist. Hierfür verwenden wir ein RJ45-Kabel. Ich empfehle, die Anlage auszuschalten vor der Verbindung. Das heißt, wir trennen sie von der Stromversorgung, verbinden unser Netzwerkkabel mit der Anlage und schalten die Anlage wieder ein, indem wir die Stromversorgung hier über das Netzteil wieder herstellen. Nachdem wir nun unsere Anlage mit dem Internet verbunden haben und sehr wichtig, neu gestartet haben, sehen wir, dass die Anlage hochfährt. Wir schauen nochmal auf unsere beiden Monitore. Wir sehen im ersten Moment nur der eine Monitor ist verbunden. Die Anlage verbindet sich jetzt mit dem Internet, bekommt eine IP-Adresse. Und nach einem kurzen Moment sehen wir auch, dass nun auch unser zweiter Monitor mit der Anlage verbunden ist. Das heißt, mit der Anlage kommunizieren kann. Das heißt, die Anlage ist nun auch mit zwei Monitoren verwendbar. Wir können das einfach mal testen, indem ich jetzt hier einfach mal klingle. Und wir sehen, das Signal geht an beide Monitore. Wir haben ja auch unseren Türöffner hier angeschlossen. Diesen können wir auch mal testen, indem ich einfach mal hier das Schlosssymbol betätige. Unsere Tür wurde entriegelt und nach einer voreingestellten Zeit wird der Riegel sich wieder schließen. Und dementsprechend haben wir unsere Person hereingelassen. Um die Nebenstellen nun optimal und im vollen Funktionsumfang nutzen zu können, empfehle ich auch eine Micro-SD-Karte in die Nebenstelle oder in jede Nebenstelle einzulegen. Wo kommt die SD-Karte hin? Wir drehen einfach mal einen unserer Monitore um und stecken diese hier unten in den dafür vorgesehenen Speicherslot ein. Hier noch ein wichtiger Punkt. Bitte keine Speicherkarten verwenden, die größer als 32 GB sind. Ich möchte noch mal schnell auf die Bedienung des Monitors eingehen. Der Monitor ist nun gerade aktiviert. Wir sehen hier oben die aktuelle Zeit, unser aktuelles Datum. Wir können hier den Monitor in den Ruhemodus versetzen. Durch Antippen wecken wir ihn wieder auf. Wir sehen nun hier alle Kommunikationsversuche mit diesem Monitor. Wir sehen, ein Anruf, ein Kommunikationsversuch war hier unbeantwortet. Wir können das einfach noch mal nachstellen. Ich klingel noch einmal an. Und wir sehen mich auf dem Bildschirm. Wir beenden das jetzt einfach mal. Und wir sehen, jetzt haben wir hier zwei Kommunikationsversuche. Das heißt, zweimal wurde hier geklingelt und keiner hat reagiert. Wenn wir dieses jetzt hier anklicken, sehen wir ein Journal, eine Historie. Und hier sehen wir, wann hier ein Kommunikationsversuch erfolgte. Das heißt, wann jemand an der Tür geklingelt hat. Hier oben können wir das noch mal unterteilen in Anrufe in Abwesenheit und alle Anrufversuche. Hier sehen wir dann alle Anrufversuche aufgelistet. Im zweiten Punkt können wir nun ein Live-Bild hier von unserer Türstation abgreifen. Einfach anklicken. Und wir sehen hier ein Live-Bild unten an der Türstation. Haben wir eine weitere Kamera installiert. Ich zeige das jetzt einfach mal. Könnten wir hier auf die zweite Kamera umschalten. Das machen wir aber nachher. Okay, gehen wir wieder zurück und kommen noch zu dem wichtigsten Punkt, die Einstellungen. Hier können wir alle Standardeinstellungen vornehmen, die wir für unsere Anlage brauchen. Das heißt, wir können hier die Toneinstellungen, das heißt die Audioeinstellungen vornehmen. Dann kommen wir auf den Punkt Wartung. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere gerade eben eingelegte SD-Karte zu formatieren. Das empfehle ich auch. Wir machen das jetzt einfach mal. In diesem Monitor bekommen wir auch unsere Versionnummer und können natürlich auch hier nochmal die Systemsprache ändern, sofern wir hier eine andere Sprache verwenden wollen. Danach kommen wir in unser Haupt-Setup-Menü. Hierfür benötigen wir ein Master-Passwort. Dieses ist im Auslieferungszustand 888999. Kann natürlich auch geändert werden. Wir bestätigen das einfach durch den grünen Pfeil und sind nun hier in unserem Haupt-Menü. Wir sehen hier die Zimmername und können hier das Live-Bild einstellen. Das heißt, wie lange das Live-Bild in unserem Monitor oder auf unserem Monitor wiedergegeben werden kann oder soll. Dann haben wir noch den Punkt Netzwerk. Hier können wir zum Beispiel auch die IP-Adresse des Gerätes sehen. Wir können auf Gerät gehen. Auf den Punkt Gerät können wir die Innenstation verwalten. Hier sehen wir auch nochmal die IP-Adresse. Und in dem Punkt Zeitsynchronisation können wir unsere Zeitzone wählen. Hier ist alles automatisch schon voreingestellt. Das stimmt bei mir. Und zu guter Letzt haben wir noch einen wichtigen Punkt hier unten. Reset. Hier können wir unsere Anlage zurücksetzen, falls wir die Einstellung nochmal in die Werkseinstellung zurückbringen wollen. Das Display hat ja im Großen und Ganzen eine Touchscreen-Funktion. Wir haben allerdings hier unten noch Touch-Tasten. Diese können wir natürlich auch verwenden. Hier können wir zum Beispiel auch nochmal direkt entriegeln. Oder wir können hier direkt auf die Kamera zugreifen und können dann auch hier wieder einen Monitor entriegeln und können dann dementsprechend auch hier unten unsere Gespräche annehmen oder beenden. Unsere Anlage ist ja nun auch mit dem Internet verbunden. Also können wir natürlich auch unsere Anlage über App verwalten und verwenden. Hierfür laden wir uns die Guardian Vision App herunter und öffnen diese auf unserem Smartphone. Haben wir unsere App geöffnet und haben uns hier registriert, können wir nun hier unsere Anlage mit unserer App verbinden. Dafür klicken wir einfach hier die Plus-Taste. Hier sehen wir einen Scanner, einen QR-Code-Scanner. Mit diesem scannen wir auf der Rückseite unserer Anlage den QR-Code. Diesen finden wir hier unten aufgedrückt. Diesen nehmen wir einfach hier mit dem Scanner ab. Die Anlage wird auch sofort gefunden und wir fügen sie hinzu. Wir können nun unserer Anlage noch einen Namen geben. Ich lasse jetzt den Originallamen einfach mal stehen. Und hier haben wir nun unsere Türsprechanlage und können diese jetzt auch hier über unsere App ansteuern. Das heißt, wir haben hier ein Live-Video-Bild, wenn ich das anklicke, und können nun hier mit unserem Smartphone unsere Türsprechanlage quasi fernsteuern. Das heißt, wir können im Prinzip alles das, was natürlich auch unsere Nebenstellen können. Wir können das auch einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich simuliere jetzt einfach mal einen Besucher. Wir können jetzt hier unseren Ruf annehmen. Ich lasse jetzt hier mal den Ton ausgeschaltet, um eine Rückkupplung zu vermeiden. Und so können wir dann auch dementsprechend mit der Gegenstelle sprechen und können hier Anweisungen geben oder können dann dementsprechend auch unsere Tür öffnen, indem wir einfach hier draufklicken. Ihr habt es klicken gehört, es hat funktioniert. So, wir beenden diesen Anruf jetzt einfach mal. Wie am Anfang des Videos erwähnt, ist es optional auch möglich, diese Domkamera mit in das System einzubinden. Dieses will ich einfach mal tun. Als erstes öffnen wir die Domkamera, da ich euch hier einiges zeigen möchte. Wir haben hier einen kleinen Schlitz. Dort können wir mit einem Schraubenzieher eindringen, diesen leicht nach oben bewegen und schon können wir hier diesen Sicherungsring entnehmen. Im Lieferumfang der Kamera ist hier dieses Werkzeug. Mit diesem Werkzeug können wir die Kamera öffnen. Hier sind drei Schrauben, diese entnehmen wir einfach. Nach dem Öffnen der Kamera sehen wir das Innenleben vor uns. Hier sehen wir auch unseren Kamerakopf. Dieser kann, ich öffne einfach mal diesen Kopf, hier mithilfe dieser Schrauben gelöst werden und dann dementsprechend auch frei positioniert werden, sodass er auf das Objekt ordnungsgemäß eingerichtet werden kann. Der Überkopf ist dementsprechend auch schwenkbar. Somit können wir dann auch die Lage der Kamera nochmal korrigieren. Schauen wir hier unten auf die Kamera. Hier sehen wir zwei wichtige Objekte. Zum einen können wir hier eine Micro-SD-Karte einbringen. Auf dieser können dann Aufzeichnungen aufgenommen werden. Und zum anderen haben wir hier einen Reset-Schalter. Dieser Reset-Schalter ist sehr interessant für uns. Wenn wir bei der Installation Probleme haben oder keine Verbindung mehr mit dieser Kamera aufbauen können, können wir mithilfe dieses Reset-Schalters die Kamera zurücksetzen. Ich empfehle sowieso, wenn wir die Kamera geöffnet haben, die Kamera zu resetten. Des Weiteren befindet sich im Lieferumfang der Kamera auch eine WLAN-Antenne. Wer die Kamera per WLAN verbinden will, benötigt diese auf jeden Fall. Wir bringen diese hier an der vorgesehenen Stelle an. Alternativ steht uns auch noch ein LAN-Anschluss zur Verfügung. Das heißt, wir können die Kamera natürlich auch per LAN mit unserem System oder mit unserem Router verbinden. Kommen wir nun zum Verbinden der Kamera mit unserer App. Hierfür verbinde ich die Kamera wieder mit dem Stromnetz und lasse die Kamera hochfahren. Um die Kamera zu verwenden, starten wir wieder unsere Guardian Vision App und klicken hier oben auf dieses kleine Pluszeichen. Um das Gerät zu installieren, gibt es hier nun mehrere Möglichkeiten. Ich entscheide mich für die Variante QR-Code scannen. Wir haben hier einen kleinen Scanner. Das heißt, mit der Kamera unseres Handys können wir hier diesen QR-Code auf der Kamera einfach einscannen. Wir wählen nun hier Gerät mit Netzwerk verbinden. Suchen dementsprechend unser Gerät aus. Hier kriegen wir auch noch mal im Detail erklärt, wie wir die Verbindung herstellen können. Wichtig, wir müssen nun unser Gerät auch schützen. Das heißt, wir müssen ein Passwort hier festlegen. Ich vergebe einfach mal ein Passwort und aktiviere das Gerät. Wir wählen den Punkt IP-Adresse automatisch beziehen, da das in den meisten Fällen korrekt ist. Und versuchen, eine Verbindung herzustellen. Alternativ haben wir auch natürlich die Möglichkeit, die Kamera kabellos mit unserem Netzwerk zu verbinden. Dann wählen wir den Schritt natürlich kabellos. Bestätigen das mit OK. Okay, geben nun hier einfach unser WLAN-Passwort ein, bestätigen dieses und lassen die App sich mit der Kamera verbinden. Nach erfolgreicher Installation bestätigen wir das mit weiter. Im nächsten Schritt braucht unsere Kamera noch einen Namen. Nun können wir noch das Geräte-Audio aktivieren und bestätigen das mit fertig. War die Installation erfolgreich, sehen wir in unserer App unsere Kamera und können diese dann dementsprechend auch auswählen. Und haben so direkt Zugriff auf unsere Kamera und wir können so natürlich auch den Ton der Kamera empfangen und können so die Gegenseite auch abhören. Je nach Übertragungsrate können wir die Bildqualität hier auch nochmal erhöhen, indem wir hier unten diesen Punkt auswählen und dann dementsprechend die Bildqualität hochfahren. Je nachdem, was eure Verbindung zur Kamera hergibt, können wir dann dementsprechend auch in guter Videoqualität, in HD-Videoqualität von dieser Kamera aus streamen. Somit haben wir nun in unserer App die Übersicht über unsere Türsprechanlage und über unsere Dome-Kamera. Da wir nun unsere Kamera in Betrieb genommen haben, wäre es schön, wenn wir dieses Kamerabild natürlich auch an unserer Türsprechanlage oder an den Außenstationen einsehen können. Um dieses zu bewerkstelligen, gehen wir bitte folgendermaßen vor. Am besten ist, wir benutzen auf unserem Smartphone eine App, um unser Netzwerk nach Netzwerkadressen zu durchsuchen. Ich bevorzuge hier die App Fink. Wichtig, wenn wir diese App verwenden, müssen wir uns mit dem Smartphone im selben WLAN oder im selben Netzwerk wie unsere Kamera befinden. Wir lassen hier einen Scan durchlaufen und durchsuchen unser Netzwerk nach allen vorhandenen IP-Adressen. Wir scrollen hier nach unten und suchen das Gerät vom Hersteller LSD Science & Technology. Hier sehen wir auch die Identifikationsnummer unserer Kamera. Diese haben wir bei der Installation ja auch eingeblendet bekommen. Also sehen wir hier natürlich auch die individuelle Netzwerkadresse unserer Kamera. Mit dieser Adresse können wir nun die Kamera mit unserer Türsprechanlage verbinden. Hierfür gehen wir folgendermaßen vor. Wir begeben uns an unsere Nebenstelle. Wenn wir zwei Nebenstellen haben, begeben wir uns an den Hauptmonitor, öffnen diesen, öffnen die Einstellungen. Hier wählen wir nun den Punkt Konfiguration aus und geben das Standardpasswort ein. Dieses kann natürlich auch geändert werden. Hier habe ich noch das Standardpasswort 888 999. Haben wir dieses eingegeben, schließen wir das Tastaturfeld und öffnen die Einstellung. Hier wählen wir den Punkt Geräte. Hier können wir Geräte hinzufügen, indem wir die Plus-Taste hier oben betätigen. Hier wird uns angezeigt, Gerät Kamera hinzufügen. Wir klicken dieses an. Die wichtigsten Daten sind hier schon eingegeben. Wir müssen nur noch einen Gerätenamen eingeben. Die lokale IP-Adresse, die wir gerade eben über den Scan am Handy festgestellt haben. Und alles andere ist schon eingegeben. Der Benutzername ist Admin. Sofern dieser nicht von uns geändert wurde, bleibt dieser bestehen. Und hier unten geben wir das Passwort ein, was wir vorhin bei der Installation der Kamera vergeben haben. So, ich habe jetzt das Feld komplett ausgefüllt. Ich habe die Kamera einfach mal Test 1 genannt. Und wir bestätigen das mit OK. Jetzt sehen wir hier unten, dass die Kamera hier hinzugefügt wurde. Und somit können wir die Kamera auch verwenden. Das heißt, wir verlassen das Menü wieder und können nun hier mal das Live-Bild auswählen. Wir sehen jetzt hier das Haupt-Live-Bild unserer Türsprechanlage. Und hier oben haben wir optional noch eine zweite Kamera. Diese wählen wir aus. Hier ist Test festgelegt. Die Verbindung zu unserer IP-Kamera wird hergestellt. Je nachdem, wie schnell die Netzwerkverbindung ist, wird dann das Bild besser oder schlechter. Und wir können das jetzt einfach auch mal überprüfen. Ich hole die Kamera jetzt hier einfach mal her. Und wir sehen, wir haben hier direkt ein Live-Bild unserer Videokamera, unserer Dome-Kamera. Und können hier nochmal schauen, was zum Beispiel jetzt an unserer Tür los ist. Und haben somit nochmal ein zweites Bild, was wir uns so hereinholen können. Dieses könnte zum Beispiel über der Tür montiert werden. Und somit haben wir die Möglichkeit, dann nochmal das Umfeld um unsere Tür zu beobachten. Die Kamera schaltet nach einer gewissen Zeit ab. Dieses ist hier im Menü voreingestellt. Bei mir waren es, glaube ich, ca. 30 Sekunden. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis. Dieses Video entstand in Zusammenarbeit mit dem Online-Shop Medfield. Link zu den hier gezeigten Produkten natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal. Denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Euer Marc auf YouTube. Ich sage noch mal. Ich sage noch mal. Vielen Dank.